Hallo und herzlich willkommen zur Christ Study Hour hier auf www.joelmedia.de. Ein herzliches Willkommen gilt auch allen Zuschauern auf Amazing Discoveries zur siebten Folge unserer besonderen Spezialserie über das Buch Jesaja. Wir wollen uns heute mit den Kapitel 31 bis 35 beschäftigen. Wir sind jetzt etwa im Zentrum, in der Mitte des Buches angekommen. Für alle diejenigen, die sich vorbereiten wollen auf das Bibelgespräch am 13. Februar, sei gesagt, dass wir versuchen wollen, die nächste Folge, nämlich Kapitel 36 bis 40, fortzuziehen, sodass am Freitag am 12. diese Folge dann schon online stehen wird und ihr euch mit den Kapiteln 36 bis 39 noch beschäftigen könnt, die dann am 13. Februar eine Rolle spielen. Und wer möchte, kann auch am Sabbatvormittag um 9.30 Uhr einschalten, wenn wir aus Stuttgart-Wangen live eine Präsentation über diese Kapitel dann halten werden. Jetzt soll es allerdings um Kapitel 31 bis 35 gehen. Wir wollen weiter den Überblick bekommen über dieses wunderbare, hervorragend, interessante Buch Jesaja. Und bevor wir beginnen, möchten wir Gott einladen, dass er mit seinem Geist unser Studium führt und unsere Gedanken lenkt. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir so sehr Danke sagen für dieses Buch. Herr, ich habe so viele interessante Dinge kennengelernt in den letzten Wochen durch das Studium von Jesaja und ich denke vielen, die auch zuschauen, geht es ganz genauso. Herr, wir möchten dir wirklich von Herzen Dank sagen, dass dein Evangelium so klar und deutlich durch diese Seiten hindurch scheint und dass wir dich besser kennenlernen dürfen. Wir möchten dich bitten, dass du auch jetzt unser Lehrer bist, dass wir verstehen, was die Botschaft damals zur Zeit von Jesaja bedeutet hat, aber vor allem, was sie für uns in dieser letzten Zeit, in der wir leben, bedeutet, was sie für uns persönlich im Alltag bedeutet, dass wir dich besser kennenlernen. Herr, sei du unser Lehrer nach deiner Verheißung. Lass dein Wort nicht leer zurückkehren, sondern lass es ausführen, wozu du es gesandt hast. Denn du hast versprochen, dass jedes einzelne Wort sich erfüllen wird. Und das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Jesaja, Kapitel 31 und dort lesen wir ab Vers 1. Es geht wieder los mit einem Weherruf, wie in den Kapiteln zuvor, in 30, 29 und 28. Wehe denen, die nach Ägypten hinabziehen, um Hilfe zu suchen, um sich auf Pferde zu verlassen und auf Streitwagen vertrauen, weil es so viele sind, und auf Reiter, weil sie sehr stark sind, aber auf den Heiligen Israels nicht schauen und den Herrn nicht suchen. Es geht hier also thematisch direkt gleich weiter mit den Dingen, die wir schon zum Beispiel in Kapitel 30 dort in den ersten Versen gelesen haben. Pferde waren militärisch extrem wertvoll. Auch die Assyrer haben großen Wert auf die Pferde gelegt, die sich aus dem Hochland Irans haben kommen lassen. Und die Idee ist also, die Judäer sind immer noch hier darauf bedacht, sich militärische Hilfe von Ägypten zu holen, statt auf Gott zu schauen. Diesen Gedanken hatten wir schon in Jesaja 22 gesehen, aber auch in Jesaja 17 gesehen, dass es Übrige geben würde, die dann auf Gott schauen würden. Vers 2. Aber auch er, das ist Gott, ist weise und führt Unheil herbei. Und er nimmt seine Worte nicht zurück, sondern er steht auf gegen das Haus der Bösen und gegen die Hilfe der Übeltäter. Gott sagt ja sehr deutlich, er wird das Unheil nicht abwenden, ganz egal wie viel militärische Hilfe man mit Ägypten vereinbart. Gott steht zu seinem Wort, es wird eintreten und es wird gegen die Bösen und auch gegen die Unterstützer des Bösen gehen. Also in dem Fall ein Hinweis auf die Ägypter. Und wir haben schon in Jesaja 20 in Vers 4 bis 6 gesehen, dass die Ägypter ja selbst dann von den Assyrern geschlagen worden sind und keine Hilfe den Philistern und den Judäern bringen konnten in dieser besonderen Zeit. Vers 3. Gott vergleicht ja die Hilfe, die Ägypten geben kann, mit der Hilfe, die Gott geben kann. Die Ägypter sind nur Menschen. Sie können eigentlich nichts ausrichten und wer auf Pferde vertraut, der wird betrogen. So sagt uns schon Psalm 33, Vers 17. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, wie der Löwe und der junge Löwe über seiner Beute knurrt, wenn man gegen ihn die ganze Menge der Hirten zusammenruft und vor ihrem Geschrei nicht erschrickt, noch vor ihrer Menge sich duckt, so wird auch der Herr der Herrscher herabkommen, um auf dem Berg ziehen und auf dessen Höhe zu kämpfen. Gott hat sich vorgenommen, in Jerusalem zu kämpfen für die Übrigen, für diejenigen, die an ihn glauben. Und alle militärische Macht der Assyrer wird ihn davon nicht abbringen können. Genauso wie eine Menge an Hirten den knurrenden Löwen nicht einfach verscheuchen kann. Deswegen ist es viel sinnvoller, sich auf Gott zu verlassen, als auf die Ägypter, die dann gar nicht eingreifen aus Angst vor den Assyrern. Gott wird sich von den Assyrern nicht wegdrängen lassen. Und deswegen steht in Vers 5 ein ganz wunderbarer Vers. Wie flatternde Vögel ihre Jungen, so wird der Herr der Herrscher an Jerusalem beschirmen. Ja, beschirmen und erretten, verschonen und befreien. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass wir in Jesaja 10, Vers 14, könnt ihr es nochmal nachlesen dann, gelesen haben, wie die Assyrer selbst sich beschrieben haben. Wie sie ein Königreich und eine Stadt nach der anderen erobert haben. Und wie dort in Jesaja 10, vielleicht nochmal zur Erinnerung, in Vers 14 stand. Meine Hand hat nach dem Reichtum der Völker gegriffen, wie nach einem Vogelnest. Und wie man verlassene Eier zusammenrafft, so habe ich die ganze Erde zusammengerafft. Und keiner war da, der mit den Flügeln schlug, den Schnabel aufsperrte und piepte. Keiner der Götter der Städte hatte irgendwie eingegriffen. Aber jetzt sagt Gott hier, ich bin anders. Ich bin der lebende Gott. Ich existiere im Gegensatz zu den Götzen. Ich werde flattern. Ich werde mit meinen Flügeln die Treuen beschirmen. Ich werde nicht zulassen, dass die Assyrer das Nest Jerusalem ausrauben. Gott behütet sein eigenes Netz. Er macht piep. Er macht mehr als piep. Er wird aus Jerusalem brüllen, wie es einige andere Verse in den Propheten sagen. Interessanterweise ist dieses Wort für verschonen, dasselbe Wort, das auch in 2. Mose 12, Vers 13 verwendet wird, für das Passerfest, als der Engel, der Todesengel verschonen vorbeigegangen ist. Und das zeigt uns, dass hier wieder eine Erlösung stattfindet, einen Typus auf die Erlösung, wie auch der Exodus ein Typus auf die Erlösung gewesen ist. Das Eingreifen Gottes gegen Sancherib und seine assyrische Armee ist ein Typus auf die Erlösung durch Jesus. Kehrt um, ihr Kinder Israels, zu ihm, von dem ihr so weit abgewichen seid. Es gibt einen direkten Aufruf an das Volk Gottes. Sie waren zwar sehr weit fortgeschritten in ihrem Abfall. Wir haben das ja schon in Jesaja 1 gesehen, dass da nichts Gesundes mehr an ihnen war. Aber noch jetzt kann man umkehren. Wir finden denselben Aufruf in Joel 2, Vers 12, wo es heißt, auch jetzt noch, kehrt um, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider. Auch in Hosea 14 haben wir diesen Aufruf. Und so einen Aufruf finden wir auch bei Petrus in der Apostelgeschichte. Das Volk der Juden hatte damals Jesus ans Kreuz bringen lassen. Man hatte gefordert, dass er gekreuzigt wird. Man war extrem weit von Gott abgewichen und doch gab es noch die Möglichkeit der Umkehr. Denn noch war es nicht zu spät, der Heilige Geist hatte die Hand noch ausgestreckt. Auch wenn wir sehr weit von Gott abgefallen sind, ist die Einladung an uns dieselbe. Er kann und will uns retten, wenn wir uns zu ihm wenden. Vers 7, denn an jenem Tag wird jedermann seine silbernen und goldenen Götzen wegwerfen, die eure Hände gemacht haben, sodass es euch zur Sünde wurde. Am Tag der Rettung hat man keinen Platz mehr für die Götzen. Und ganz ähnlich sagt es auch Hosea 14, Vers 9. Wir haben das schon in Jesaja 30, auch Vers 22 gesehen. Wer die Erfahrung der Erlösung macht, der will mit seinen Götzen, seines tatsächlichen oder geistigen, geistlichen Götzen nichts mehr zu tun haben. Und der Assyrer wird fallen durchs Schwert, doch nicht das eines Mannes. Ein Schwert wird ihn fressen, aber nicht das eines Menschen. Hier wird bis ins Detail vorhergesagt, was passieren wird. Denn die Assyrer werden tatsächlich, in Jesaja 37 wird das deutlich, sie werden tatsächlich durch ein Schwert fallen, aber nicht das Schwert eines Menschen, sondern durch das Schwert eines Engels. Und seine jungen Krieger werden, sollen zu Zwangsarbeitern werden. Und er wird vor dem Schwert fliehen und seine jungen Krieger sollen zu Zwangsarbeitern werden. Vers 9, sein Fels wird vor Furcht vergehen und seine Fürsten werden vor dem Kriegsbanner erschrecken. Spricht der Herr, der in Zion sein Feuer hat und in Jerusalem seinen Feuer herrt. Symbol auch natürlich, oder erinnert uns an die Bezeichnung Ariel, die wir in Jesaja 29 gesehen haben. Und das spielt natürlich direkt auf Jesaja 30, Vers 33 an, wo schon typologisch die Vernichtung der Gottlosen durch das Feuer am Ende der Zeit angesprochen worden ist. Das Spanner, von dem hier die Rede ist, das Kriegsbanner, war auch schon in Jesaja 11 ein Symbol für den Messias. Es ist kein Wunder, dass Jesus auch Verse wie diese, die wir gerade gelesen haben, immer wieder auch mitgedacht hat, wohl in seinen Aussagen. Zum Beispiel, wenn wir an Vers 5 nochmal hier denken, mit den flatternden Vögel, wie Jesus später, Jahrhunderte später, Jerusalem einlädt, doch unter seinen Flügeln Schutz zu suchen, wie eine Hände ihre Küken hat sammeln wollen, aber sie haben nicht gewollt. Wir sehen, dass das Wirken von Jesus sehr stark unter dem Eindruck der Prophezeiung von Jesaja und den Worten von Jesaja gestanden hat. Und das ist kein Wunder, denn Jesus kommt hier auf jeder Seite überall zum Vorschein, ganz besonders jetzt in Jesaja 32, Vers 1. Siehe, ein König wird in Gerechtigkeit regieren und Fürsten werden gemäß dem Recht herrschen. Jesus wird nicht allein regieren. Mit ihm sind ja die Treuen und Gerechten. Er ist der König der Könige und er regiert durch Gerechtigkeit, er regiert durch Gnade. Hier wird die Herrschaft des kommenden Messias beschrieben und er wird noch genauer charakterisiert in Vers 2. Und ein Mann wird sein wie ein Bergungsort vor dem Wind und wie ein Schutz vor dem Unwetter, wie Wasserbäche in einer dürren Gegend, wie der Schatten eines mächtigen Felsens in einem erschöpften Land. Eine sehr poetische, schöne Beschreibung unseres Erlöses, der für uns da ist. Das ähnliche Bilder hatten wir schon in Jesaja 25, Vers 4 und auch in Jesaja 4, Vers 5 und 6 gesehen. Dort wurden diese Dinge beschrieben als Eigenschaften Gottes. Hier werden sie beschrieben als die Eigenschaften eines Mannes. Demzufolge, wie auch Jesaja 9 ja schon angekündigt hat, wird Gott Mensch. Und die Augen der Sehenden werden nicht mehr zugeklebt sein und die Ohren der Hörenden werden aufhorchen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was in Jesaja 6, Vers 10 beschrieben worden ist. Mit Christus wird die prophetische Botschaft verständlich. Sie wird verstanden werden, sie wird nicht mehr abgelehnt werden. Ohne Christus wird die Botschaft abgelehnt werden. Nur wenn ein Mensch sich nach Jesus sehnt, nach Errettung sehnt und Christus in sein Herz lassen möchte, dann wird auch die prophetische Botschaft verstanden werden. Wer das nicht möchte, der wird die prophetische Botschaft ablehnen. Und das Herz der Unbesonnenen wird Einsicht gewinnen und die Zunge der Stammelnden wird geläufig unverständlich reden. Auch hier hatten wir schon diesen Gedanken in Jesaja 29, Vers 24. Durch Christus erhalten wir göttliche Weisheit und auch die Fähigkeit, diese dann weiter zu kommunizieren. Der gemeine Mensch wird dann nicht mehr ein Edler heißen und der Betrüger wird nicht mehr vornehm genannt werden. In dieser Welt werden Menschen oft gelobt und geehrt, die es gar nicht wert sind. Aber wenn Gott eingreift, dann sieht man einen deutlichen Unterschied zwischen den wahren Gerechten, den wahren Gläubigen, den wirklich edlen Menschen und denen, die in Wirklichkeit gemein sind. Und das wird jetzt noch ein bisschen beschrieben und erläutert in den nächsten Versen. Denn der gemeine Mensch redet Gemeinheit und sein Herz bereitet Böses vor, indem er ruchlos handelt und irreführendes ausspricht über den Herrn, indem er die hungrige Seele leer lässt und dem Durstigen das Trinken verwehrt. Einen gemeinen Menschen erkennt man an seinen gemeinen Werken. So auch in Vers 7. Und der Betrüger wendet schlimme Mittel an. Er hat böse Anschläge im Sinn, um die Elenden durch erlogene Reden zugrunde zu richten, auch wenn der Arme sein Recht beweist. Wir haben dafür ja auch das ein oder andere Beispiel in den Kapiteln von Jesaja gesehen. Es gab dieses alte Sprichwort in Israel nach 1. Samuel 24. Vom Gottlosen kommt Gottlosigkeit. Jesus sagt selber, dass das Herz der Ursprung der bösen Taten ist. Und gerade über diese Bestechung auch, die hier angesprochen wird, diese Mittel, haben wir einige Beispiele aus dieser Zeit bei Jesaja und auch bei Micha gesehen. Aber der Edle hat Edles im Sinn und er steht auch zu dem, was edel ist. Das Wort kann auch übersetzt werden mit Wohltäter, mit jenem, der Gutes tut. Und wir wissen aus Jakobus 1, Vers 27, dass die wahre Religion darin besteht, sich auch um die Bedürftigen zu kümmern. Nun kommt ein neuer Gedankengang hier ab Vers 9. Kommt, ihr unbekümmerten Frauen, hört auf meine Stimme. Ihr sorglosen Töchter, vernehmt meine Rede. Wir fühlen uns zurückerinnert an Kapitel 3, wo ja auch schon einmal die Frauen Jerusalems angesprochen worden sind. Über Jahr und Tag werdet ihr zittern, ihr Sorglosen, denn aus ist es mit der Weinlese und die Obsternte wird nicht kommen. Wörtlich steht hier Tage über einem Jahr. Das ist wohl so viel wie ein Jahr, ein bisschen mehr, also ein Jahr und ein paar Tage, wenn das korrekt ist in dieser Interpretation. Dann müsste man also diese Prophezeiung auf etwa 702 vor Christus datieren. Die assyrische Invasion würde zur Vernichtung der Ernte führen. Und wir finden ähnliche Bilder in Joel und auch in Hosea. Erschreckt ihr Unbekümmerten und erzittert ihr Sorglosen. Entblößt euch und zieht euch aus und legt Sacktuch um die Länder. Das sind natürlich Ausdrücke der Schande, der Trauer, der Schmach. Auch hier Parallelfers im Sendemanuskript angegeben. Sie werden sich an die Brust schlagen. Auch das ist eine ganz typische Geste der Verzweiflung, die auch im Neuen Testament dann bei der Wiederkunft Jesu erwähnt wird, wenn die Gottlosen erklagen werden. Wegen der lieblichen Felder, wegen des furchtbaren Weinstocks. Wegen der Äcker meines Volkes, die in Dornen und Disteln aufgehen. Ja, wegen all der Häuser voll Freuden in der fröhlichen Stadt. Da ist hier die Erfüllung von Jesaja Kapitel 5 Vers 6, dass der Weinbecken, Disteln und Dornen aufgehen soll. Auch von Jesaja 6 Vers 11, die Häuser voller Freude. Da haben wir gesehen, Jesaja 22, dass trotz der Bedrohung in Jerusalem viel Jubel und Trubel gewesen ist. Denn der Palast ist aufgegeben und die lärmende Stadt verlassen. Ophel und Wachtturm sollen zu Höhlen werden für immer. Eine Wonne für den Wildesel, eine Weide für die Herden. Hier kündigt sich an, was geschehen würde, wenn Jerusalem doch nicht Buße tun würde. Was dann ja unter Hiskir im letzten Moment auch doch noch getan worden ist. Aber die Stadt würde zerstört werden. Und genau das geschah dann auch tatsächlich, buchstäblich 100 Jahre später, als die Babylonier kamen, als dann kein gottesfürchtiger König auf dem Thron saß und alle Appelle ungehört vergingen. Und wir finden diese selbe Idee dann auch bei Jesus wieder in Lukas 21, wo Jesus ebenfalls die Verwüstung Jerusalems anspricht und ankündigt. Und wir haben Jesaja 24 gesehen, dass das auch ein Typus ist auf die Verwüstung der ganzen Erde am Tag des Herrn bei der Wiederkunft. Ophel ist die Anhöhe in Jerusalem zwischen der Davidstadt und dem Salomonischen Tempelbezirk. Und wir lesen weiter. Und es ist interessant, dass dieser Vers hier sagt im Vers 14, dass für immer die Stadt verwüstet ist. Und dann steht Vers 15, solange. Ein gutes Beispiel dafür, dass es immer nicht sozusagen endlos bedeuten muss, sondern manchmal auch einen sehr langen Zeitraum. Etwas, was ja auch dann für andere Kontexte, für andere Themen in der Bibel von Bedeutung ist. Solange, bis der Geist aus der Höhe über uns ausgegossen wird, dann wird die Wüste zum Fruchtgarten. Und der Fruchtgarten wird wie Wald geachtet werden. Wenn der Geist kommt, dann verändert sich alles. Solange der Geist nicht in unserem Leben ist, ist da nur Wüste und Leere und Finsternis. Aber mit dem Geist kann wieder alles blühen. Das zeigt, wie wichtig das Wirken des Heiligen Geistes auch in unserem Leben ist. Wir hatten in Jesaja 11 gesehen, dass der Heilige Geist durch den Messias wirken würde. Wir wissen aus der Bibel, der Geist Gottes hat schöpferische Kraft. Durch ihn wird das Wort Gottes verständlich. Und wenn er ausgegossen ist, so sagt Hesekiel 39, Vers 29, dann schaut Gott mit Freuden auf sein Volk. Wir erinnern uns auch an Joel Kapitel 3, an die Ausgießung des Heiligen Geistes. Etwas, das sich dann zu Pfingsten auch besonders erfüllt hat. Der Heilige Geist gibt Kraft für die Mission. Er ist ein Dienst, ist herrlicher als der alte Bund, sagt 2. Korinther 3, Vers 8. Und wir werden durch ihn verwandelt in das Bild Jesu. Und das Recht wird sich in der Wüste niederlassen und die Gerechtigkeit im Fruchtgarten wohnen. Überall, egal ob an den ungünstigen oder günstigen Orten, die Gerechtigkeit des Messias herrscht dort, wo der Geist wirkt. Und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit auf ewig. Die Gerechtigkeit Gottes, die zeigt sich ja nach Römer 1, Vers 16 im Evangelium. Und sie bringt diese Dinge, sie bringt Friede, sie bringt Ruhe und sie bringt echte Sicherheit. Wir haben in Jesaja 2 gesehen, dass die Völker, die sich zu Gott wenden, die nach Zion kommen werden, dass sie den Frieden lernen werden. Und dass der Friede im Reich des Messias kein Ende haben wird, haben wir in Jesaja Kapitel 9, in Vers 6 gesehen. Auch in Jesaja 11, wo das Reich des Messias als Friedensreich beschrieben worden ist. Die Bibel sagt uns im Psalm 119, Vers 165, Wer Gottes Gesetz liebt, hat großen Frieden. Römer 14, Vers 17 sagt, Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Gott wünscht sich tiefen Frieden für uns. Vers 18, und mein Volk wird in Wohnorten des Friedens wohnen, in sicheren Wohnungen und an sorglosen Ruheorten. Frieden ist und Ruhe sind die großen Ziele des Erlösungsplanes. Deswegen sagt uns der Brea 4, Vers 9, dass noch eine Ruhe für das Volk Gottes vorhanden bleibt, vorhanden ist, in die wir eingehen sollen durch den Glauben. Lieber Freund, liebe Freundin, Gott möchte dir Ruhe schenken. Er möchte dir Sicherheit schenken. Er möchte, dass du Frieden hast im Herzen durch Jesus, durch die Rechtfertigung, durch den Glauben, und weil Jesus dir deine Sünden vergibt, wenn du ihn darum bittest. Wenn du sein Angebot in Anspruch nimmst, dann wirst du echten Frieden haben, der dir Sicherheit schenkt. Jesus bietet dir diese Ruhe, diese Erquickung an. In Matthäus, Kapitel 11, Vers 28 bis 30. Lass diese Lektion hier nicht vergehen, ohne dass du dieses Angebot für dich persönlich in Anspruch nimmst. und diese Gerechtigkeit, die Gottesgerechtigkeit ist, die er jedem von uns anbietet, in deinem Leben annimmst und aufnimmst. Lesen wir weiter in Vers 19. Aber hageln muss es zuvor, dass der Wald zusammenbricht und die Stadt tief erniedrigt wird. Die herrliche Botschaft der Erlösung ersetzt nicht die Botschaft vom Gericht. Die assyrische Invasion wird stattfinden. Übrigens das Bild des Hagels, der die Stadt erniedrigt, ist auch wichtig für das Studium der ersten Posaune in Offenbarung 8, Vers 7. Das ist ein anderes Thema, haben wir heute nicht die Zeit dazu. Vers 20. Wohl euch, die ihr an allen Wassern seht und eure Rinder und Esel frei umherschweifen lässt. Dieser Vers greift wohl Gedanken aus Jesaja 30, Vers 23 und 24 wieder auf. Und alle, die nach Kräften arbeiten, um das Reich Gottes voranzubringen, die werden gemäß ihres Glaubens auch eine reiche Ernte einführen. Wir haben einige interessante Ellen White-Zitate hierzu auch, die deutlich machen, dass wir auch in Zeiten der Krise uns darum bemühen sollten, wo immer wir können, ein Licht zu sein, das Wort Gottes weiterzugeben. Kapitel 33. Auch hier haben wir wieder einen Wehrruf am Anfang. Dies richtet sich nun an die Assyrer, an die Invasoren. Sie werden erleiden, was sie anderen angetan haben. Das ist ein ganz biblisches Prinzip aus Matthäus 7, Vers 2 mit dem Gericht, mit dem wir anderen richten, wird auch uns zugemessen werden, wenn wir gerichtet werden. Das sehen wir ganz deutlich an der Geschichte des Papsttums. In Offenbarung 13, Vers 10 und auch in der Zeit der Plagen, Offenbarung 16, Vers 6, wird dieses Prinzip zum Tragen kommen. Vers 2 ist ein Gebet. Herr, sei uns gnädig, wir hoffen auf dich. Sei du jeden Morgen unser Abend. Ja, sei du unsere Rettung zur Zeit der Drangsal. Das ist nicht nur ein Vers, der hier historisch in die Zeit von Santeripe und Hiskia und Jesaja passt. Das ist ein Vers, den wir, den du und ich jeden Morgen beten können. Sei du jeden Morgen unser Abend. Nimmst du dir jeden Tag Zeit, am frühen Morgen dein Leben Gott in die Hände zu legen und seinen Arm zu ergreifen, dass er dein Leben führt, dass er dich rettet vor allen Gefahren, die an dem Tag drohen, dass du auf ihn hoffst und seine Gnade durchdenkst und in dein Herz aufnimmst. Wer dieses Gebet von Herzen sagt, der kann später, wie wir es in Jesaja 25, Vers 9 gesehen haben, sagen, das ist der Gott. Seht, das ist der Gott, auf den wir gehofft haben. Vers 3. Übrigens, die Barmherzigkeit Gottes, so sagen uns ja die Klage, die der drei sind jeden Morgen neu. Vers 3. Die Völker werden fliehen vor dem donnernden Tosen und die Heiden werden sich zerstreuen, wenn du dich erhebst. Wenn Gott für sein Volk aufsteht, zerstreuen sich die Heiden und die sich gegen Gottes Volk versammelt haben, so war es zur Zeit von Hiskia, so wird es am Ende sein, siehe Daniel 12, Vers 1, wo Michael sich aufmachen wird, aufstehen wird für sein Volk. Da wird man eure Beute wegraffen, wie die Heuschrecken wegraffen, wie die Käfer rennen, so rennt man darauf los. Tatsächlich wurde nach der Katastrophe im assyrischen Herrlager gesehen, wie die Israeliten das Lager plünderten. Es hat sich dann buchstäblich so erfüllt. Der Heer ist erhaben, ja, er wohnt in der Höhe. Er hat Zion mit Recht und Gerechtigkeit erfüllt. Wieder sehen wir, dass Gottes Gegenwart Gerechtigkeit bringen wird für das Volk Gottes. Er ist erhaben. Das ist ein Gedanke, den wir auch schon öfter zum Beispiel in Jesaja 2 gesehen haben. In der Höhe bedeutet, Gott wohnt im Himmel, sagt es Psalm 123. Auch der Tempel in Jerusalem war ja nicht sein wirklicher Wohnsitz, wie schon Salomo wusste und in 1. Könige 8, Vers 27 gesagt hat, Gott wohnt so hoch, sagt Psalm 113, dass er noch auf den Himmel herabschaut. Und diese Idee, dass Zion mit Recht und Gerechtigkeit erfüllt wird, das erfüllt dann die Gedanken, die Vorhersagen aus Jesaja 1 und aus Jesaja 4 und auch aus Jesaja 32. Und du wirst sichere Zeiten haben, eine Fülle von Heil, Weisheit und Erkenntnis. Die Furcht des Herrn, die wird Zions Schatz sein. Das ist die Furcht Gottes dein Schatz. Wir glauben, dass die Furcht Gottes ein ganz entscheidendes Element in der dreifachen Engelsbotschaft, im ewigen Evangelium ist. Die Bibel sagt uns, dass die Furcht Gottes, das bedeutet, das Böse zu hassen, nicht zu sündigen und bereit zu sein, alles auf den Altar zu legen, was auch immer uns lieb ist und dann Gott entscheiden zu lassen, ob wir es wiederzubekommen oder nicht. Wie wir an verschiedenen Bibelstellen sehen können. Die Bibel sagt, die Furcht Gottes ist die Quelle des Lebens und kostbarer als jeder materielle Schatz. Siehe, ihre Helden schreien draußen, die Friedensboten weinen bitterlich. Hier wird wieder ein neuer Gedankengang aufgemacht. Als nämlich Sanheribs Armee dann vor Jerusalem stand, dann hat die Skierboten ausgesandt. Wir werden das dann noch in Jesaja 36 sehen. Die Friedensbedingungen aushandeln sollten aber die Bedingungen, die der Rabshakei, der Gesandte, einer der Großen, der Magnaten, im Assyrischen Reich dann gegeben hat. Die waren so katastrophal schlimm, dass die Boten mit zerrissenen, die Delegierten sozusagen, die Gesandten mit zerrissenen Kleidern zurückkamen. Versagt, die Straßen sind verödet. Der Wanderer zieht nicht hindurch, man hat den Bund gebrochen. Die Städte misshandelt, den Sterblichen verachtet. Eine ganz präzise Beschreibung der Situation Judas, als die Assyrer das Land besetzen. Man kann nicht mehr von Ort zu Ort gehen, denn die Städte sind alle erobert, bis auf Jerusalem, alle befestigten Städte waren eingenommen worden, auch Lachisch. Und da werden wir in Bezug auf Jesaja 36 noch mehr dazu sagen. Die Einstellung der Assyrer haben wir schon kennengelernt, die keine Gnade kannten und mit äußerster brutaler Grausamkeit vorgegangen sind. Etwas, was sich auch an ihren eigenen Reliefs und Schriften gezeigt hat. Dazu dann allerdings im Kontext von Hesekiel 36 noch mehr. Das Land Trauer, der schwindet dahin, der Libanon schämt sich, er welkt dahin, Saron ist einer Wüste, gleich Bashan und Kamel schütteln ihr laut ab. Der Zustand ist erbärmlich im Land. Und das scheint hier nicht nur das Land Judah zu meinen, sondern auch das Nordreich Israel, das ja dann auch schon etwa 20 Jahre zuvor von den Assyrern eingenommen worden ist. Denn die Saron-Ebene, diese Ebene, die Sharon-Ebene eigentlich am Mittelmeer, auch der Kamel, dieser Berg, dieser kleine Gebirgszug am Mittelmeer, Bashan, das ehemalige Königreich von Ork, das werden wir aus 5. Mose 3 kennen, die berühmte Gegend im Ostjordanland. All das sind Gebiete, eigentlich die zum Nordreich gehören, das ja dann auch bis zum Libanon ursprünglich ausgedehnt war. Nun will ich mich aufmachen, spricht der Herr, jetzt will ich mich erheben, jetzt will ich mich aufrichten. Wir sehen, wie in diesen Kapiteln immer wieder, das sehr hin und her geht zwischen der Beschreibung des Leih des Judas und der Beschreibung dieser Invasion und dann dem Eingreifen Gottes. Es wird immer wieder hin und her gesprungen, um diese Dramatik besonders auszubeschreiben und von allen Seiten auszuleuchten. Gott sagt, nun will ich mich aufmachen, spricht der Herr, jetzt will ich mich erheben, jetzt will ich mich aufrichten. Wir haben es schon gesehen. Das bedeutet, wenn er aufsteht, dann ist er für sein Volk aktiv. Ihr geht schwanger, Vers 11, mit Heu, ihr werdet Stroh gebären, ihr bläst ein Feuer an, das euch selbst verzehren wird. Das bezieht sich jetzt auf die Assyrer, die Pläne legen, wie sie die Stadt einnehmen können, aber sie werden nichts ausrichten, sondern im Gegenteil, ihren eigenen Untergang provozieren. Wir haben es schon in Jesaja 8, Vers 8 und 9 gesehen. Die Pläne der Heiden scheitern, weil Gott mit uns ist, sagt es dort. Immanuel, weil Gott mit seinem Volk ist. Vers 12, die Völker sollen zu Kalb verbrannt werden, wie abgehauene Dornen sollen sie im Feuer verbrennen. Der Untergang der Assyrer ist, das haben wir schon öfter hier herausgearbeitet, ein Typus auf die Vernichtung der Ungläubigen am Ende der Zeit durch das Feuer. Vers 13, hört ihr fernen, was ich tue und ihr nahen, erkennt meine Stärke. Gott möchte, dass dieses Ereignis international dazu führt, dass Menschen erkennen, wie groß er ist. Wir wissen aus der Bibel, dass der Exodus, wo Gott sich ebenfalls gewaltig offenbart hat, in der ganzen damals bekannten Welt ein großes Gesprächsthema war. Wir wissen, dass der Sieg über Goliath, so sagt es 1. Samuel 17, Vers 46, ebenfalls in anderen Völkern besprochen worden ist. Und wir wissen, dass auch Gottes Eingreifen für die drei Freunde von Daniel und auch für Daniel selbst, in Daniel 6 dann dazu geführt hat, dass viele Heidenvölker von Gottes großer Macht erfahren haben. Und wir wissen auch aus der Bibel, dass nach den dramatischen Ereignissen um die Belagung Jerusalems dann das Ansehen Hiskias und das Ansehen Judas bei den Heiden enorm gestiegen ist. Vers 14, Um Jerusalem retten zu können, muss Gott seinem Volk nahe kommen. Aber das erschreckt diejenigen, die nominell zu seinem Volk zu erzählen, aber in ihrem Herzen nicht an sie glauben. Wir kennen diese Reaktion, als Gott am Berg Sinai herabkam, um sein Volk zu retten, nämlich von der Sünde im Herzen, nicht nur von der Gefangenschaft der Ägypter, sondern von der Gefangenschaft der Sünde. Als er ihnen seine zehn Gebote gab und seine Macht deutlich machen wollte, da waren viele Sünder in Israel so sehr erschreckt, dass sie nicht länger ihn hören wollten. Sie meinten, sie könnten das nicht ertragen. Und das bedeutet auch als Anwendung für unsere Zeit, je mehr Gott für seine Gemeinde wirkt, je stärker er eingreift in diese Weltgeschichte, je stärker er für sein Adventvolk wirkt, desto erschrockener werden die Heuchler in seiner Gemeinde sein. Die Bibel sagt uns, Gott ist die Liebe. 1. Johannes 4, Vers 68. Die Bibel sagt aber auch, Gott ist ein verzehrendes Feuer. In 5. Mose 4, Vers 24. Und das ist kein Unterschied, es ist kein Gegensatz. Im Gegenteil, die Bibel sagt, dass die Liebe Gottes das Feuer ist, denn seine Liebe verzehrt die Sünde. Wenn Gott eingreift, dann richtig, nicht nur die äußeren Feinde betreffen, sondern auch das eigene Herz. Wer an der Sünde festhalten will, dem ist die Gegenwart Gottes zunehmend unangenehm. Wenn wir Gott bitten, uns in äußeren Angelegenheiten zu helfen, müssen wir erwarten, dass er gleichzeitig die Gelegenheit nutzt, durch seinen Geist und sein Herzen zu sprechen, und uns zu zeigen, wo in unserem persönlichen Leben Sünde zu finden ist. Hast du das schon mal erlebt, dass du Gott um Hilfe gebeten hast, vielleicht wegen einer Sache im Beruf oder Gesundheit oder mit Menschen, die gegen dich gewesen sind und während Gott kommt und dir nahe kommt und dir zeigt, wie er dir helfen will, dass du gleichzeitig merkst, dass du Selbstveränderung brauchst. Genau das wird hier beschrieben. Man beachtet, dass hier ein ewiges Feuer beschrieben wird und das hilft uns dann auch für Judas 7. Das ewige Feuer ist die Gegenwart Gottes. Er selbst ist ewig. Die Frage wird also gestellt, wer kann bei diesem ewigen Feuer bleiben? Denn die Idee ist ja sozusagen, dass die Gläubigen, die die an Jesus festhalten, bei diesem ewigen Feuer bleiben können. Der Satan hat es so umgedreht, dass Menschen glauben, die Ungläubigen werden an einem Ort sein, wo es ständig brennt, aber das ist falsch. Die Bibel sagt uns, die Ungläubigen werden vernichtet werden durch das Feuer, sie werden verbrannt werden, aber die Gläubigen werden für immer in der Gegenwart dieses Gottes sein, der die Liebe und ein verzehrendes Feuer gleichzeitig ist, weil die Liebe Gottes als Feuer dargestellt ist. Und die Frage wird jetzt gestellt, wer kann dort wohnen, wer kann dort bleiben? Diese Frage wird oft gestellt in der Bibel, manchmal zu einigen Stellen, im Psalm 15, im Psalm 24, in Juhl 2 und Offenbarung 6, Vers 17 wird diese Frage gestellt, wer kann bestehen, wer kann dort bleiben, wer darf dort wohnen? Und die Antworten sind von allergrößtem Interesse. Für uns hier in Vers 15 heißt es, wer in Gerechtigkeit wandelt und aufrichtig redet, wer es verschmiert, durch Bedrückung Gewinn zu machen, wer sich mit seinen Händen wehrt, ein Bestechungsgeschenk anzunehmen, wer seine Ohren verstopft, um nicht von Blutvergießen zu hören, wer seine Augen verschließt, um Böses nicht mit anzusehen. Es sind die Werke, die zeigen, ob wir wirklich von Herzen glauben. Es sind die Werke, die einen echten Gläubigen ausmachen, der in der Gegenwart Gottes nicht zu verzweifeln braucht. Und wir dürfen Gott bitten, dass er uns davor bewahrt, ein Nichtiges anzuschauen. Was ist die Verheißung für diejenigen, die so leben? Und das ist ja etwas, was für uns in der letzten Zeit so entscheidend ist, denn das sind diejenigen, die versiegelt werden können, das sind diejenigen, die bestehen können. Wenn Offenbarung 6, Vers 17 fragt, wer kann bestehen? Vers 16, Das ist eine wunderbare Verheißung auf die Endzeit, dass auch wenn wir verfolgt werden, wenn wir Städte und Dörfer verlassen müssen, wenn wir in der Wildnis leben müssen, dass Gott, wie Elia versorgt hat, auch uns versorgen wird. Wir haben einige Ellen White-Zitate dazu, die ihr euch durchlesen könnt und dadurch auch Hoffnung und Trost finden könnt. Ihr werdet sehen, es ist nicht unsere Aufgabe, jetzt schon Lebensmittel zu bunkern für die Zeit. Gott wird für uns sorgen, aber die Verheißung gilt wem? Den, die in Vers 15 genannt sind, die durch ihr Leben im Alltag zeigen, dass die Gegenwart Gottes in ihrem Alltag sie nicht erschreckt, weil sie keine Heuchler sind, sondern echte, wirkliche Christen, die meinen, was sie sagen und mit Gottes Hilfe und durch seine Kraft und das Wirken seines Geistes auch seinen Charakter in dieser Welt reflektieren. Vers 17. Deine Augen werden den König in seiner Schönheit schauen, du wirst das Land erweitert sehen. Diese Menschen werden die Wiederkunft Jesu erleben als ein schönes Ereignis. Sie werden den König der Gerechtigkeit sehen, wie er kommen wird und wie das Reich Gottes, wie sie Teil des herrlichen Reiches Gottes dann sein können. Er kommt bald wieder, um uns zu holen und ich wünsche mir, dass du und ich dabei sein werden, um dann sagen zu können, dass wir den König in seiner Schönheit sehen, dass wir sagen können, seht, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben. Vers 18. Dein Herz wird an die Schreckenszeit zurückdenken. Wo ist nun, der den Tribut zählte? Wo, der das Gold abwog? Wo, der die Türme zählte? Hier geht der Gedanke zurück an den assyrischen König, der natürlich den Tribut gefordert hatte als Typus auf die Zeit der Sünde, die uns so sehr belastet hat. Und diese Frage, wo ist nun, zeigt, die Assyrer werden fast vollständig vernichtet werden, wie schon Jesaja 10 vorhergesagt hat. Da wirst du das freche Volk nicht mehr sehen, das Volk mit der dunklen Rede, die man nicht verstehen kann, mit der stammelnden Sprache, ohne Sinn, gemeint sind natürlich hier wieder die Assyrer mit ihrem assyrischen, akkadisch Dialekt, den die Judäer nicht verstanden haben. Schaue Zion an, die Stadt unserer Festversammlung. Deine Augen werden Jerusalem sehen als eine sichere Wohnstätte, als ein Zelt, das nicht mehr wandert, dessen Flöcke nie mehr herausgezogen werden und von dessen Seilen keines je losgerissen wird. Jerusalem soll fest bestehen, für immer Jerusalem ein sicherer Ort. Und der Berg Zion ist im Psalm 125, Vers 1 ein Symbol für den unerschütterlichen Glauben an Gott. In der höchsten Not wird Jerusalem bewahrt werden und das wird zum Typus für die Unerschütterlichkeit des himmlischen Jerusalems. alle, die ihren Glauben zum himmlischen Heiligtum senden, werden in der größten denkbaren Krise, das war damals die größte denkbare Krise, wir steuern auf die größte denkbare Krise unserer Zeit zu, wird in der größten denkbaren Krise, wenn uns das Wasser bis zum Hals gehen wird, bewahrt werden. Denn Zion wird eine sichere Wohnstätte sein, Jerusalem eine sichere Wohnstätte und unsere Wohnstätte ist im Himmel. Vers 21 Denn dort bei der Verzeihung Denn dort wird der Herr in seiner Majestät bei uns sein, an einem Ort der Flüsse, der breiten Ströme, gegen ihn wird keine Ruderflotte kommen und kein mächtiges Schiff sich herüber wagen. Dieser Vers hat vielleicht auch Bezug zu Psalm 46, Vers 5 und der Strom des Wassers des Lebens in Jerusalem wird uns ja dann auch in Hesekiel 47 gezeigt und jetzt kommt eine ganz wunderbare Zusammenfassung von dem, was Gott persönlich für uns sein möchte, denn der Herr ist unser Richter. Der Herr ist unser Gesetzgeber, der Herr ist unser König, er wird uns retten. Vielleicht ist es nicht allgemein bekannt, dass im 18. Jahrhundert Philosophen diesen Vers benutzt haben, um zu zeigen, dass es in der menschlichen Regierung eine Dreiteilung geben sollte in Legislative, Judikative und Exekutive und genau das ist dann von den Vereinigten Staaten von Amerika am Ende des 18. Jahrhunderts übernommen worden. Etwas, das eigentlich direkt hier aus diesem Bibelfers abgeleitet worden ist. Gott ist unser Richter. Abraham sagt das in 1. Mose 18 Daniel 7 sieht ihn als Richter. Paulus sagt, dass Christus unser Richter ist, von dem wir alle offenbar werden müssen. Gott ist unser Gesetzgeber, das wissen wir aus 2. Mose und 5. Mose die 10 Gebote, die Amsina gegeben hat. Auch Neremia sagt das, Jakobus sagt uns, dass er uns das Gesetz gegeben hat und er ist unser König. Psalm 44, Psalm 74, Psalm 89, viele Stellen, auch in Neremia, sagen uns, dass Gott unser König ist und er ist unser Erlöser, wie wir an ungezählten Stellen sehen können. Das ist das, was der Staat niemals für uns tun kann. Nur Gott kann uns von Sünde erlösen. Nur er ist der echte, wahre Gesetzgeber, der wahre Richter und der wahre König, auf den wir uns immer und zu allen Zeiten verlassen können. Vers 23, deine Tau ist locker geworden, dass sie weder ihren Massbaum festhalten noch das Segel ausbreiten können. Hier wird wieder auf Vers 21 zurück Bezug genommen, auf die Ruderflotte, die sich dann nicht mehr nähern kann, die feindlichen Schiffe. Diese angreifenden Feinde werden zu Schannen, sie können nicht mehr vernünftig navigieren, sie sind zum Angriff unfähig. Und das heißt hier dann, dann wird Raub in Menge ausgeteilt werden, sodass auch die Lahmen Beute machen. Also der Feind wird so sehr zu Schannen, dass sogar die Lahmen ihn plündern können. Das nimmt Gedanken aus Vers 1 und vor allem auch aus Vers 4 wieder auf. Und kein Einwohner wird sagen, ich bin schwach. Dem Volk, das darin wohnt, wird die Sünde vergeben sein. Gott wird sich mächtig erweisen für sein Volk und seine Unvergleichlichkeit besteht darin, dass er unsere Sünden vergibt, dass er sie niedertrampelt, in die Tiefen des Meeres wirft, so wie Michael 7 Vers 18 und 19 zeitgleich sagt, Gottes Gegenwart und seine Stärke werden so real sein, dass niemand mehr auf seine eigene Schwäche schaut, sondern allein auf die Stärke Christi und sagen kann, mit Paulus alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Jesus Christus. Sünden Vergebung ist etwas unfassbar Großartiges, etwas, das Gott uns schenken möchte. In 1. Johannes Kapitel 1 Vers 7 bis 9 lesen wir diese wunderbaren Worte, die wir uns fest einprägen sollten, damit wir sie nie vergessen. Das heißt es in Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde und Vers 9 sagt uns, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, das ist die Bedingung, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, lieber Freund, liebe Freundin, gibt es irgendeine Sünde, von der du jetzt weißt, die du nicht bekannt hast, eine Sünde, die zwischen dir und Gott steht, dann wisse, wenn du sie jetzt bekennst, wenn du zu Gott kommst, wenn du ihn anflegst um Vergebung, wird dir die Sünde vergeben. Das himmlische Jerusalem, der Tempel dort, Jesus dort ist ein sicherer Fels, du kannst dich darauf verlassen, auch wenn man sich auf Menschen nicht verlassen kann, auch wenn die Krise groß sein mag, du kannst dich auf Jesus verlassen, ich weiß aus eigener Erfahrung, er vergibt Sünde und man darf wissen, dass einem vergeben worden ist, man darf sich darüber freuen und in diesem Wissen die Stärke Gottes im eigenen Leben beobachten. Gehen wir weiter, in Jesaja 34 kommt ein neuer Abschnitt. Kommt her zu ihr Heiden, um zu hören und ihr Völker heucht auf, es höre die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und alles, was ihm entsprasst, eine neue Botschaft an die gesamte Welt. Denn der Herr ist zornig über alle Heidenvölker und er grimmt über ihr ganzes Heer. Er hat über ihnen den Bann verhängt und die zur Schlachtung dahin gegeben. Das ist natürlich eine Botschaft, die sich endgültig erfüllen wird beim Endgericht mit der Wiederkunft und nach den tausend Jahren des Gerichts an den Assyrern ist ja ein Typus darauf, wie wir gesehen haben. Ihre Erschlagenen sollen hingeworfen werden, in der Gestank ihrer Leichname aufsteigen und die Berge werden von ihrem Blut triefen. Eine ganz dramatische Beschreibung, die uns auch an Jesaja 14, Vers 19, 20 erinnert, wo der Fall Satans beschrieben worden ist und an das gewaltige Blut vergießen, das in Offenbarung 14, Vers 20 beschrieben wird, wo das Blut der Gottlosen bis an die Zäume der Pferde geht. Und dann heißt es hier weiter, das gesamte Herr des Himmels wird vergehen und die Himmel werden zusammengerollt wie eine Buchrolle und all ihr Herr wird herabfallen, wie das Laub am Weinstock herabfällt und wie die verdorrte Frucht des Feigenbaumes. Und das erinnert uns sehr stark. Natürlich an Offenbarung 6, Vers 12 an das sechste Siegel. Hier wird also sehr deutlich, dass wir wieder eine endzeitliche, eine apokalyptische Vision von Jesaja hier vor uns haben. Jesus hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort wird nicht vergehen. Auch 2. Petrus 3 spricht darüber, wie die Himmel mit Krachen vergehen werden. Denn mein Schwert ist trunken geworden im Himmel. Sie es wird herabfahren auf Edom zum Gericht über das Volk, das ich mit dem Bann belegt habe. Edom war ein kleines Königreich, südlich von Judah, die Edomiter waren ihr Nachfahren von Esau. Damit die nächsten Verwandten zu den Israeliten. In Malachi 1 finden wir dann, dass zwischen Judah und Edom ein großer Gegensatz hergestellt wird. Beide werden durch das Gericht Gottes verwüstet, aber Judah erlebt Erlösung, Judah erlebt Wiederherstellung, aber Edom nicht. Das heißt, Edom wird damals zu einem Typus für alle diejenigen, die die Erlösung abgelehnt haben, ein Typus für die Menschheit am Ende der Zeit. Alle Gottlosen werden hier durch dieses Bild der Edomiter beschrieben. Wir wissen aus Psalm 137, dass die Edomiter sich gewünscht haben, dass es völlig zerstört werden wird. Auch Jesaja 25 das ganze Buch Obatja spricht ebenfalls von diesem Zusammenhang von der Schuld der Edomiter. Das Schwert des Herrn ist voll Blut, es trieft von Fett, vom Blut der Lämmer und Böcke, vom Nierenfett der Witter, denn der Herr hält ein Schlachtopfer in Bosra und ein großes Schlachten im Land Edom. Das Gericht wird hier als ein Schlachtopfer dargestellt. Das ist interessant, weil die Opfer sollten ja eigentlich auf den Tod von Jesus hinweisen, der stellvertretend für uns die Strafe erlitten hat. Das heißt also, wenn wir diese Erlösung ablehnen, dann erleben wir das, was Jesus eigentlich für uns schon längst erlebt hat und stellvertretend für uns erlitten hat. Und deswegen ist es nicht unangemessen, auch das Strafgericht an den Gottlosen hier symbolisch als ein Schlachtopfer darzustellen. So ähnlich finden wir es auch in Zephania 1 und Hesekiel 39. Bosra war wohl der Hauptort des Edomitischen Königreiches. Und ziemlich sicher ist es heute identifiziert mit dem Bucera im Nordland des Hochlandes. Und wir wissen aus der Archäologie, dass dort zur Zeit von Jesaja auch eine Stadt existiert hat. Da werden die Büffel mit ihren Fallen und die Jungstiere mit den starken Stieren, ihr Land wird mit Blut getränkt und ihr Boden mit Fett gedüngt. Noch einmal wie in Vers 3, diese dramatische Beschreibung dieses großen Gerichtes, Vers 8, denn es ist ein Tag der Rache des Herrn, ein Jahr der Vergeltung für die Sache Zions. Hier wird ein sehr wichtiges Konzept beschrieben, der Tag der Rache und die Vergeltung zugunsten Zions, also die Rettung Zions, man könnte sagen die Erlösung Zions. Und man sieht also, dass die Rache an den Feinden und die Erlösung für das Volk von den Feinden inhaltlich sehr verbunden ist. Das geht zurück auf 1. Mose 3, Vers 15, dass die Erlösung daran besteht, dass Gott Feindschaft setzen wird zwischen der Frau und der Schlange. Wir werden später in Jesaja 61, Vers 2 sehen, dass diese beiden Ideen auch dort aufkommen und Jesus, die dann zeitlich voneinander trennt, obwohl sie innerlich dasselbe sind und dann deutlich macht, dass es eine Zeit gibt, in der Jesus zunächst einmal durch die Erlösung die Möglichkeit bietet, durch den Glauben errettet zu werden, die und dann, nachdem diese Erlösung abgelehnt worden ist, allerdings auch die Gottlosen vernichtet. und dieser Tag des Herrn sozusagen eigentlich zwei Aspekte hat, den Aspekt des ersten Kommen Jesus, den Aspekt des zweiten Kommen Jesus, aber dazu dann bei Jesaja 61, hoffentlich noch mehr. Gott hat die Rache für sich reserviert und der Tag des Herrn zeigt dann, der Tag des Gerichtes zeigt seinen Zorn, das wird in der Bibel immer wieder gesagt, im 5. Siegel, Offenbarung 6, ist der Zorn, Offenbarung 6, Vers 10 und 11, ist der Zorn Gottes noch zukünftig, aber Offenbarung 18 und Offenbarung 19 beschreiben dann, wie sich dieser Zorn Gottes erfüllt. Vers 9, da sollen Edoms Bäche in Pech verwandelt werden und der Staub in Schwefel, ja ihr Land wird zu brennendem Pech. Und das ist eine Folge des Flures, man erinnere sich an Sodom und Gomorra, was ja auch ein Typus ist auf die Vernichtung der Gottlosen am Ende. Tag und Nacht erlischt es nicht und da denken wir natürlich sofort an Offenbarung 14, Vers 10 und 11, auch Offenbarung 19, Vers 3, an dieses Gericht, an den Gottlosen, wo der Rauch ihrer Qual aufsteigt und was oft missverstanden wird als eine ewige Qual in einer brennenden Hölle, was allerdings ganz unbiblisch ist. Es wird öde liegen von Geschlecht zu Geschlecht und niemand wird mehr hindurchziehen, ewig nicht. Und jetzt sehen wir, übrigens in Malachi 1 ist auch Edom verwüstet mit einer endgültigen Strafe, mit einer unumkehrbaren Konsequenz und jetzt sieht man, dass hier nicht wirklich alles ständig brennt. Vers 11 Und der Pelikan, der Igel, werden es einnehmen und die Eule und der Rabe werden darin wohnen. Die Messschnur der Verwüstung wird er darüber spannen und das Richtblei der Verödung. Also es heißt, der Rauch steigt auf, immer und immer mit Wirklichkeit leben dort Pelikan und Igel, Tiere. Das heißt, es kann da nicht ständig brennen. Das heißt also, das unauslösbliche Feuer ist ein Symbol, ganz offensichtlich. Und wir sehen hier auch Parallelen, was die Tiere betrifft, zu dem Fall Babylons und auf Morgung 13, Vers 20 folgende und auch 14, Vers 23. Und auch Babylon war ja ein Typus auf die Gottlosen am Ende. Von ihrem alten Adel wird keiner mehr da sein, um das Königreich auszurufen und alle ihre Fürsten sind dahin. Also die Grundlagen des edomitischen Königreiches werden nicht mehr da sein. In ihren Palästen werden Dornen wachsen, Nesseln und Disteln in ihren befestigten Städten. Sie werden den Schakalen zur Wohnung dienen, zum Gehege, den Straußen. Und das ist eine sehr eindrückliche Beschreibung der Verwüstung, der totalen Verlassenheit. Und interessant ist, dass wir dieselben Worte auch für Jerusalem gelesen haben in Jesaja 32, Vers 13, 14 vorhin. Und auch für das Nordreich finden, Hosea 9 und auch für Moab und für Assyrien. Wenn also, da müssen wir uns mal diesen Gedanken machen. und das ist sehr interessant, das mal sich zu durchdenken. Wenn im Buch Jesaja für die Israeliten und auch für die Heiden dieselben Gerichtsworte gelten und dann aber auch für die Israeliten und die Heiden dieselben Erlösungsangebote gelten, dann muss also offensichtlich die Idee eines ethnischen Volkes, das sich durch Genetik und biologische Abstammung abgrenzt, aufgegeben werden. Das Buch Jesaja versucht immer wieder von allen Seiten diese Idee aufzubrechen und sagen, das was den Heiden passiert, kann auch dem Volk Gottes passieren. Da wird es Gottlose geben, Gerichtete in Jerusalem und Judäa und in Israel und unter den Heiden und es wird Gläubige übrige geben unter allen Heiden und natürlich auch in Israel in Jerusalem. Vers 14, Wüstentiere und Schakale werden einander begegnen und ein Ziegenbock dem anderen zurufen. Ja, dort wird die Lilith sich niederlassen, das Wort ist nicht ganz klar zu bestimmen und eine Ruhestätte für sich finden. Dort wird die Pfeilschlange nisten und Eier legen sie aus, brüten und ihre Jungen sammeln unter ihrem Schatten. Dort werden auch die Geier zusammenkommen, jeder zu seinem Gesellen. Da kommt ein sehr interessanter Vers, Vers 16, forscht nach dem Buch des Herrn und lest es. Nicht eines von alledem wird fehlen, zu keinem Wort wird man die Erfüllung vermissen, denn mein Mund ist es, der es befohlen hat und sein Geist ist, der sie gesammelt hat. Hier haben wir eine Aufforderung, das Wort Gottes zu studieren, denn jede einzelne Prophezeiung wird sich im Detail erfüllen. Hier wird deutlich, dass auch die Jesaja, die Vision von Jesaja schon als Wort Gottes verstanden worden sind. Er sollte seine Prophezeiung auch aufschreiben, wie wir Jesaja 30, Vers 8 gelesen haben und wir haben diese Aufforderung, beständig über die Bibel nachzudenken, an Josa ergehen. Jesus spricht davon, dass wenn wir die Bibel erforschen, wir zu ihm kommen sollten und natürlich haben wir 2. Petrus 1, Vers 19, dass wir an dem prophetischen Wort festhalten sollen. Alles wird sich erfüllen. Jesus macht deutlich, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Kein Buchstabe wird von dem Wort Gottes verloren gehen und die Bibel macht uns deutlich, dass Gottes Wort schöpferische Kraft hat und deswegen, weil Gott nicht lügen kann, weil durch sein Wort er alles geschaffen hat und alles dastand aufgrund seines Gebotes und weil sein Wort nicht leer zurückkehrt, sondern ausführen wird, wozu er es gesandt hat, auch jetzt, wenn wir heute hier dieses Wort studieren. Deswegen dürfen wir wissen, dass alle Prophezeiungen, auch die, die noch zukünftig sind, sich bis ins Detail erfüllen werden, denn sie kommen ja nicht von Menschen, sie kommen vom Heiligen Geist. Das sagt uns 2. Petrus 1, Vers 21, denn keine Weissagung, wie heißt es hier, in 2. Petrus, Kapitel 1 und dort Vers 21, da heißt es so wunderbar, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Nach diesem Einschub wird der Gedanke vom Vorvers, Vers 15 noch weitergeführt, Vers 17, und er selbst hat ihnen das Los geworfen und seine Hand hat es ihnen mit der Messschnur zugeteilt, sie werden es ewig besitzen und darin wohnen, von Geschlecht zu Geschlecht. Gott hat den Tieren dieses verwüstete Land zugeteilt und jetzt geht es weiter mit der Wüste, aber wieder mit einem anderen Aspekt. Kapitel 35, Vers 1, die Wüste und ein Öde wird sich freuen und die Steppe wird frohlocken und blühen wie eine Zissenwelt. Da gibt es die Wüste von Edom und die Wüste bleibt für immer wüst, so wie in Malachi es Edom und Judah gibt, aber es gibt auch die Möglichkeit für die, die genauso verwüstet sind, wieder zum Fruchtgarten zu werden, wieder zu einem Blumenfeld. Worin liegt dieser Unterschied? Natürlich, ob wir den Messias annehmen oder nicht. Da können zwei genauso verwüstet sein und völlig verlassen sein. Der eine nimmt Jesus an und wird wieder blühen, der andere nimmt ihn nicht an und wird für immer verwüstet bleiben. Vers 2, sie wird lieblich blühen und frohlocken. Ja, es wird frohlocken und Jubel geben, denn die Herrlichkeit des Libanon wird ihr gegeben. Die Pracht des Kamel und der Saron Ebene, sie werden die Herrlichkeit des Herrn sehen. Die Pracht unseres Gottes. Genau wie hatten wir in Jesaja 33 gesehen, Vers 9, dass das der Zustand war, der verwüstete Zustand Jerusalems. Das Land Trauer, das schwindet dahin. Der Libanon schämt sich, er welkt dahin. Saron ist in der Wüste gleich. Baschern und Kamel schütteln ihr Laub ab. Auch im Nordreich war diese Verwüstung da, aber die kann sich wieder ändern, wenn der Messias angenommen wird. Das Land kann wieder hergestellt werden. Die Herrlichkeit des Herrn, die hat Jesaja gesehen in der Vision in Jesaja 6, dieses Bild der Wiederherstellung finden wir immer und immer wieder das Frohlocken über das, was Gott tut, vor allem auch in den Psalmen. Seine Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit ist sein Charakter. Der Charakter der Liebe und der Gnade, der Sünde zwar nicht ungestraft lässt, aber sie vergibt, weil Gott sie selbst die Sünde auf seinen Sohn gelegt hat. Dieser Charakter zeigt sich in Jesus, wie die Bibel uns deutlich macht in 2. Korinther 4, Vers 6 und auch Johannes 1, Vers 14. Denn in ihm sehen wir die Gnade und Wahrheit Gottes. Wir hatten gesehen, dass die ganze Erde erfüllt werden soll mit der Herrlichkeit Gottes. In 4. Mose 14 steht das in Habakkuk 2. Und Johannes 12 steht, dass Jesaja in seinen Weissagungen die Herrlichkeit des Herrn, die Herrlichkeit Jesu, beschrieben hat. Vers 3, stärkt die schlaff gewordenen Hände und macht fest die strauchelnden Knie. Das ist eine Botschaft der Ermutigung. Vielleicht bist du schlaff und schwach geworden im Glauben, aber lass dir heute zurufen, dass Gott mit dir sein möchte, dass egal wie verwüstet dein Leben auch sein mag, durch seinen Geist, durch das, was Jesus für dich getan hat und tut, kannst du wieder hergestellt werden und wieder blühen und wieder Frucht bringen. Und wenn du gestauchelt bist, möchte Gott dich wieder zu einem starken Christen machen. Du darfst auch andere ermutigen und stärken, so wie es auch Paulus auf seinen Missionsreisen gemacht hat. Vers 4 sagt, zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und wird euch retten. Wieder sehen wir die Rache an den Feinden, verbunden mit der Rettung des Volkes. Gott rettet uns und der größte Feind, den es gibt, ist der Satan und die Sünde. Deswegen war das Kreuz von Golgatha die Rettung für uns gleichzeitig ein Gericht, ein Gericht über den Satan, ein Gericht über die Sünde. Joshua, Salomo, vielen anderen ist gesagt worden, seid tapfer, seid stark und seid mutig. Paulus sagt dasselbe in Epheser 6, Vers 10 und auch an Timotheus gerichtet in 2. Timotheus 2, Vers 1. Wir brauchen uns nicht fürchten, wir dürfen wissen, wo unser Gott ist, dass er für uns da ist, dieselbe Aussage haben wir schon in Jesaja 25, Vers 9 gesehen. Jesaja sieht hier also das erste und zweite Kommen Jesu als einen großen Tag des Herrn. Durch diesen wird dem Volk die Sünde vergeben und die Feinde werden getilgt. In der Füllung wird erst der Satan und die Sünde besiegt durch das erste Kommen und dann werden später auch die anderen Feinde Gottes vernichtet. Beim zweiten Kommen und nach dem Millennium für die Gläubigen bedeutet das erste Kommen Jesu die Erlösung von der Sünde und das zweite Kommen Jesu die Erlösung von der Verfolgung. Vers 5 und 6 Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummenlob singen, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Die Evangelien sind ein reiches Zeugnis für die Erfüllung dieser Prophezeiung im Leben von Jesus. Eine Geschichte reiht sich dort an die andere. Das Wasser in der Wüste, die berühmte Geschichte als Gott in der Wüste zweimal für das Volk in besonderer Weise Wasser aus dem Felsen ließ und Jesus selbst hat das auf sich bezogen. Er gibt das Wasser des Lebens. Können wir auch in Offenbarung 21 nachlesen. Vers 7 Der glutheiße Boden wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen, wo zuvor die Schakale wohnten und lagerten, wird ein Gehege für Rohr und Schilf sein. In der Wüste wird ein Ort sein mit viel Wasser. Und wir hatten in Jesaja 34, Vers 13 diese Beschreibung der Wüste mit den Schakalen. Aber wo Gottes Geist hin kommt, wo Gott wirken darf, da verändert sich alles aus der Wüste, wird eine fruchtbare Gegend. Egal wie tief wir gefallen sind, wie dürr unser Leben ist, wie wüst unsere Sünden sind. Mit Jesus und seinem Geist kann wieder alles hergestellt werden. Es lohnt sich, wenn wir noch heute, noch jetzt, zu diesem Moment uns zu ihm zurückwenden und uns zu ihm kehren. Vers 8 Und eine Straße wird dort sein und ein Weg, man wird ihn den heiligen Weg nennen. Dieser Weg ist niemand anders als Jesus Christus selbst. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Kein Unreiner wird auf ihm gehen, sondern er ist für sie. Die auf dem Weg wandeln, selbst Einfältige werden nicht irre gehen, lieber Freund, liebe Freundin, wenn du dich an Jesus klammerst. Egal, ob du klug oder nicht so klug bist, ob du viel weißt oder nicht so viel weißt, viel Erfahrung hast oder nicht, egal wie dein Leben gewesen ist, wenn du dich an Jesus klammerst, wirst du nicht verloren gehen, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der Weg ist der Weg der Heiligkeit. Gott möchte uns heilig machen. Der Weg ist auch ein Symbol für die Werke, die Gott bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen, durch Jesus. Wir werden nicht irre gehen, wenn wir fest an ihm bleiben. Ellenweit hat einmal diese Vision gehabt, ganz am Anfang ihres Dienstes von dem schmalen Weg und diejenigen, die auf Jesus geschaut haben und das Licht, das Gott ihnen geschenkt hat im Mitternachtsruf, geschätzt haben, die werden am Ziel ankommen. Vers 9, dort wird es keinen Löwen geben und kein Raubtier wird zu ihm herankommen und dort angetroffen werden, sondern die Losgekauften werden darauf gehen. Gott führt seine Erlösten zum Heiligtum. So singt es schon Mose in 2. Mose 15. Nach der Erlösung führt er sie bis hin zu dem Ort seines Heiligtums und das bedeutet dann für die Endzeit auch, dass Gott uns zu Zion führen wird. Offenbarung 14, Vers 1 sagt, dass die 144.000 auf dem Berg Zion stehen werden. Ganz buchstäblich werden wir nach Zion, nach Jerusalem geführt werden, wenn wir durch die Tore der Stadt eingehen werden, wie Offenbarung 21 beschreibt. Die Losgekauften, das ist die eigentliche Beschreibung der Erlösten. Wir sind erkauft worden, nicht durch Gold, nicht durch Silber oder durch andere Dinge, sondern durch das kostbare Blut von Jesus, das er für mich und für dich vergossen hat. Der letzte Vers beendet auch diesen großen Komplex von Jesaja 28 bis 35 mit einem wunderbaren Ausblick auf die Freude der Erlösten, wenn gottlose Sünde und Teufel besiegt sind. Es heißt hier, und die Erlösten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird über ihrem Haupt sein, Wonne und Freude werden sie erlangen, aber Kummer und Seufzen werden sie entfliehen. Die Offenbarung spricht von einer Wiederkunft und von einer neuen Erde, von einer Zeit im Himmel und dann auf der neuen Erde, wo es keine Tränen mehr geben wird, wo alle Tränen abgewischt werden, wo kein Schmerz und kein Leid und kein Geschrei mehr sein wird, wo wir in Ewigkeit mit unserem Freund und Erlöser Jesus leben werden, im Angesicht Gottes voller Freude. Lieber Freund, liebe Freundin, möchtest du dabei sein? Dann nimm doch heute Jesus als deinen Erlöser an, gehe auf seinem Weg und egal, ob du klug oder nicht klug bist, selbst wenn du einfältig bist, du wirst nicht irre gehen, du wirst nicht verkehrt sein, wenn du auf diesem einen schmalen Weg bleibst, wenn du dich an Jesus klammerst, wenn du dich zu ihm wendest, deine Hilflussigkeit erkennst und seine Vergebung aller deiner Sünden annimmst. Ist das dein Wunsch? Gott segne deine Entscheidung. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass dein Wort, dein Evangelium so wunderbar beschreibt und dass wir wissen dürfen, dass kein Wort verloren gehen wird, sondern dass jede Einzelprophezeiung sich erfüllt und Herr, wir danken dir für die Gewissheit, dass bei dir Rettung ist, selbst in der höchsten Not, dass wenn wir uns zu dir wenden, dass du uns rettest, unsere Sünde vergibst und uns auf einen Weg der Heiligung und der Heiligkeit bringst, auf den wir nicht irre gehen werden, solange wir uns an Jesus klammern, Herr, mögen wir uns alle einmal bei dir treffen im himmlischen Jerusalem voller Freude, wenn du alle unsere Tränen abwischen wirst. Darauf freuen wir uns und wir danken dir, dass du uns zu dir ziehst. Im Namen Jesu. Amen. Damit verabschieden wir uns für heute und freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, dann für Hesekiel 36 bis 40 und ihr dürft euch gespannt sein auf eine äußerste dramatische Geschichte und für alle, die gerne dabei sein möchten, am Sabbat um 9.30 Uhr live auf YOL Media werden wir diese Geschichte dann auch im Rahmen der Sabbatschule dort besprechen und viele historische Zeugnisse zeigen, die die Glaubwürdigkeit der Bibel stärken, aber vor allem uns zeigen, was für einen wunderbaren Gott wir haben und den Typus dieser Erlösung verstehen, die jeder von uns in Anspruch nehmen kann. Bis dahin wünsche ich euch Gottes reichen Segen und viel Freude beim Studium seines Wortes. Amen. Musik 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 Musik